Schönen Nachmittag, hallo Marco. Warum stehe ich hier und Marco nicht? Marco ist unser einziger Remote-Vortrag heute. Deswegen haben wir ein bisschen Remote-Setup aufgebaut. Marco, wir sollten ihn schon hören können, glaube ich. Perfekt, kommt alles an. Dann gebe ich dir das Wort, Marco, mit Heimnetzwerk, ohne Werbung, mit AdGuard auf dem Raspberry Pi. Der Hörsaal ist gut halb gefüllt. Da ist sieben hier. Und du siehst leider nur die vorderten Reihen, die sind etwas leerer wie die hinteren. Aber ja, das Wort geht an dich. Damit das Wort zu dir und ich melde mich am Ende für die Fragen nochmal. Okay, super. Vielen Dank, Lukas. Ja, liebe Grüße. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Out of the box. Die sind nicht ganz so up-to-date wie die CE, dafür aber auch weitaus stabiler. Also, es kann durchaus mal passieren, dass ein CE-Paket nicht so ganz flutscht bei Docker.io. Die hängen dann immer ein paar Tage hinterher, bis die dann sozusagen die Aktualisierung drin haben, aber die sind auch gut getestet. Also, da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen bisher gemacht. Also, ich nutze selber Docker.io seit sehr, sehr vielen Jahren jetzt schon mittlerweile. Die Installation auf einem Ubuntu ist relativ simpel. Also, das ist einfach nur upget install docker.io und das war's. Natürlich Update Upgrade. Wenn ich das CE benutzen möchte, kann ich halt eben oben noch, das habe ich hier eingefügt, das Repository einbinden. Ja, das ist hier Download Docker. Das könnte sich immer mal ein bisschen ändern. Da muss man dann entsprechend schauen. Und damit ist dann Docker auch schon drauf. Das Ganze kann man dann prüfen, ob alles gut funktioniert hat, indem man einfach nur Docker-Info aufruft. Und wenn dann da die Versionsnummer und ein bisschen zusätzliches Gedüns von Docker erscheint, dann wissen wir, das hat alles geklappt. Jetzt ist es natürlich sehr unschön, dann jedes Mal, wenn man mit Docker arbeitet, dann sudo davor schreiben zu müssen. Deswegen kann man Docker sozusagen die Docker-Gruppe erzeugen und diese Gruppe sozusagen dann dem aktuellen angemeldeten Nutzer zuweisen. Das sind hier die letzten beiden Zeilen, die man hier sieht, wie man das tut. Und damit erspare ich mir dann jedes Mal, sudo vor dem Docker-Befehl schreiben zu müssen. Das ist relativ praktisch. Deswegen ist das an dieser Stelle nochmal so ein bisschen mit erwähnt. Dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten Thema, dem Netzwerk. Jetzt haben wir sozusagen unseren Pi fertig installiert. Da läuft jetzt unser Ubuntu. Das Docker ist auch drauf. Der Pi ist sozusagen per SSH erreichbar. Das ist dann immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn man das das allererste Mal macht, rauszukriegen. Da kann man auf seinem Router ein bisschen herumsuchen. Meistens meldet sich das Gerät dann auf dem Router an und dann erfährt man dann da die entsprechende tatsächliche IP-Adresse. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich dann, mit einem Netzwerkscanner einfach mal drüber zu laufen. Und zu gucken, wo hängt jetzt der Pi, damit ich dann tatsächlich die exakte IP-Adresse ermitteln kann. Wenn ich dann sozusagen auf dem Pi drauf bin, läuft es als nächstes die ifconfig, um mir die Netzwerkkarte anzuschauen. Da sehen wir jetzt hier auf dieser Folie die Ausgabe. Das ist jetzt hier speziell für die Netzwerkkarte ETH0, die hier in dem Fall eben auch an die IP-Adresse gebunden ist, die der Pi hat, mit der wir uns anmelden. Die müssen wir ja vorher schon wissen. Also, die ist jetzt dann auch im weiteren Verlauf wichtig, weil wir die dann halt eben nochmal eine ganze Weile brauchen. So, natürlich müssen wir uns auch auf unserem Router anmelden können. Also, das sollte vorher schon geklärt sein, wie ich als Admin auf den Router komme. Da muss man dann, je nachdem, was man für einen Router benutzt, entsprechend mal in die Doku schauen oder online da ein bisschen suchen. Aber das ist in der Regel relativ unkritisch. Nachdem wir das jetzt sozusagen so ein bisschen eine Idee haben, wie unsere Netzwerkkarte heißt, also in dem Fall hier ETH0, sollte sich auch nicht ändern, plus der IP-Adresse, können wir dann auch schon zur Docker-Konfiguration losgehen. Das allererste, was wir im Docker tun müssen, ist, dass wir die Netzwerkkarte mit dem Docker-System verbinden müssen. Das tun wir über den Befehl Docker-Network und da gibt es mehrere Optionen. Also, es gibt dann halt eben hier in dem Bereich dieses Mac-C, Mac-VLAN oder dann Bridge und so weiter. Und wir brauchen speziell für diesen Fall, AdGuard ansprechen zu können, den direkten Link auf das, also den Typ Mac-VLAN für das Docker-Netzwerk, was wir erstellen. Und das wird gebunden an die Netzwerkkarte ETH0, die wir jetzt gerade ermittelt haben. So, und jetzt geht es natürlich ein bisschen weiter hier. Das Komplizierte sind jetzt im Prinzip eigentlich hier diese drei Einträge herauszufinden. Das Netzwerk, was wir anlegen, noch kurz, das trägt den Namen LAN, das kann man hier auch anders eintragen, also das könnte jetzt hier auch irgendwie, keine Ahnung, Ubuntu, Raspberry LAN oder irgend so was heißen. Wir wissen ja schon, dass wir uns mit der 192-168-012 sozusagen anmelden können. Deswegen wissen wir, dass das System, in dem sozusagen unser Raspberry läuft und mit dem, oder auch der IP-Range, der dann sozusagen gesichert wird, ist hier dann sozusagen das Subnet 192-168-012. Bitte fragt mich nicht, was diese Slash 16 und Slash 25 zu bedeuten hat. Ich komme aus einem Entwicklerhintergrund, da sind dann so ein bisschen die Netzwerke gefragt. Da will ich jetzt nichts Falsches dazu erzählen. Gateway ist natürlich die Adresse des Routers, die wir jetzt hier in dem Fall eintragen müssen. Die kann sich natürlich auch ändern, das kommt so ein bisschen drauf an, was ihr zu Hause laufen habt. Das ist im Prinzip auch, wenn ihr euch an den Router anmeldet, schreibt ihr ja in dem Browser sozusagen die Gateway-Adresse und die gehört hier hinein. Und jetzt sagen wir hier bei IP-Range, das ganze Netzwerk, das auf dem Docker virtuell an die Netzwerkkarte gebunden wird, das fängt erst bei, oder die ersten vier Stellen sind frei, ja. Das meint hier diese IP-Range. Das ist insofern wichtig, weil der Router besitzt ja schon eine fixe IP-Adresse und wir brauchen dann später noch ein bisschen mehr. Und um hier nicht jedes Mal nachstellen zu müssen, habe ich das schon von vornherein auf vier gesetzt. Man kann das auch auf zehn hochsetzen. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie ihr euer Heimnetzwerk organisiert. Für mich ist es wichtig, dadurch, dass ich jetzt hier nicht so viele Dienste laufen habe, die außerhalb des AdGuard-Schutzes sein sollen, habe ich das hier einfach nur auf vier begrenzt. Da habe ich dann sozusagen noch zwei IP-Adressen frei, mit denen ich dann noch andere Sachen machen kann. Nachdem wir jetzt dieses Netzwerk eingerichtet haben, mit diesem gesamten Befehl hier Docker-Network, und der hier sich über die vier, fünf Zeilen erstreckt, kommen wir dann auch schon gleich zum nächsten, indem wir den Docker-Container auf unser Docker-System herunterladen, und dann von dem, indem wir unser Image herunterladen und einen entsprechenden Container instanzieren. So, das verdrehe ich immer gerne. Wir sehen hier, dass zwei Verzeichnisse auf dem Repsberry angelegt werden. Das ist einmal Work und Conf für AdGuard. Das mache ich aus einem ganz einfachen Grund. Das sind sogenannte Voljuns. Das heißt, ich kann auf meinem Gastsystem in den Container ein oder mehrere Verzeichnisse hineinlinken. Das ist natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn ich dann später mal irgendwelche Updates machen möchte. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das AdGuard-Image gegen ein neueres austauschen möchte, dann fahre ich das alte Image einfach runter oder lösche das. Dadurch, dass diese beiden Konfigurationsverzeichnisse eben nicht in dem Image drinnen liegen, sondern auf meinem Repsberry Pi lokal vorhanden sind, brauche ich die nur wieder hineinlinken. Ich habe das neue Image, kann das austesten, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Und wenn das dann eben nicht funktioniert, kann ich das wieder wegschmeißen und das alte Image sozusagen neu hochfahren. Das ist eine ganz praktische Nummer. Somit ersparen wir uns natürlich sehr, sehr viel Probleme, wenn mal was nicht funktioniert. Das ist auch eine der Vorteile, warum diese wahnsinnige Popularität für Docker entstanden ist. Ja, erklären wir jetzt mal hier, oder jetzt erkläre ich euch mal hier so ein bisschen den Instanzierungsbefehl für Docker. Wir rufen Docker Run auf und holen uns sozusagen das Image AdGuard, AdGuard Home und die Latest Version, also immer die aktuell neue, die allerneueste Variante, die im Docker Hub verfügbar ist. Wenn man auf Docker Hub das Ganze hier eingibt, dann kommt man auch auf den Publisher und kann dann gucken, was die noch so haben. Es ist immer relativ hilfreich, tatsächlich dort richtige Versionsnummern oder Tag-Nummern einzugeben, damit die Switches da so ein bisschen leichter funktionieren. Dann muss natürlich der von uns instanzierte Container einen Namen bekommen, damit wir den immer wieder ansprechen können, wenn wir dann irgendwie mit dem Container arbeiten wollen, also zum Starten und zum Stoppen. Der kriegt hier bei uns den Namen AdGuard. So, grundsätzlich bei Docker muss man da ein bisschen aufpassen, wenn man mehrere Container von dem gleichen Image instanziert. Der Name muss halt eben eindeutig sein. Der darf nicht mehrfach vergeben sein, dass man da ein bisschen was Sprechendes findet, dass man sich da auch dran erinnern kann und sofort weiß, was das Image tut. Gut. Restart, die Restart-Policy wäre wichtig, in dem Fall Always. Das bedeutet, wenn ich jetzt meinen Raspberry Pi neu durchstarte oder gerade ein Stromausfall war oder sonst irgendwas, dann wird der AdGuard-Container wieder hochgefahren. Das ist ganz, ganz wichtig. Schreibt man das nicht rein, muss man dann, nachdem das Hauptbetriebssystem sozusagen gestartet ist, muss man die Container dann alle von Hand neu nachstarten. Das ist dann nicht so schön. Der Hauptport, an dem AdGuard arbeitet, ist der Port 3000. Den müssen wir hier freigeben. Und jetzt sehen wir hier unten auch noch mit P eine ganze Menge andere Ports, die hier angegeben sind. Die habe ich jetzt aus der Dokumentation. Die lasse ich jetzt einfach mal hier in dem Fall unkommentiert. Der nächste wirklich wichtige, interessante Schritt ist, wir verbinden den Container mit dem gerade angelegten Netzwerk, das hier eben LAN heißt. Das habe ich hier L-A-N. Ups, zurück. Das ist das hier, was wir hier angelegt haben. Und damit kann ich jetzt sozusagen diesen Container auf dem Raspberry Pi, dem kann ich jetzt eine richtige fixe IP-Adresse geben, der außerhalb der Virtualisierung ist. Also der hat jetzt eine richtige IP-Adresse aus meinem wirklichen Netzwerk. Das ist insofern wichtig. Auf dem Pi laufen jetzt sozusagen mehrere IP-Adressen. Der Pi selber ist ja unter der Endung 12 zu erreichen. Und der AdGuard-Container in dem Pi hat jetzt eben die IP-Adresse 2. Das ist insofern wichtig, weil diese 02, das ist eigentlich ein Domain-Name-Server. Und den müssen wir auf dem Router eintragen, damit wir dann sozusagen hier die Filter etablieren können. Ja, und hier unten sehen wir dann auch nochmal mit dem Bereich V. Da werden halt eben hier meine in dem Verzeichnis eingelegten Verzeichnisse auf die Verzeichnisse im AdGuard gemappt. Da kann man immer mal so ein bisschen gucken. Jedes verfügbare Image auf Docker Hub hat eine mehr oder minder gute Dokumentation. Und da findet man schon sehr, sehr viele Hinweise da drauf, welche Parameter hier in den Docker-Rand-Befehl eingegeben werden können, um dann die entsprechenden Arbeitsverzeichnisse und so weiter herauszulinken. Wenn man sich so ein bisschen auf der Konsole auskennt und von Konfigurationen, ist es auch immer mal hilfreich, bestimmte Sachen, die jetzt von der Standard-Konfiguration abweichen und noch nicht aus dem Container heraus exportiert sind, das kann man damit dazufügen. Also, wir sehen ja hier die Menge der gemounteten Volumes, was eben, das ist der Begriff, wie man da Verzeichnisse in den Container hineinbringt. Die Menge ist nicht begrenzt, genauso wenig wie die Menge der Ports. Hier muss man natürlich aufpassen, wenn der Port 3000 durch einen anderen Container oder eine andere Anwendung auf dem Gastbetriebssystem schon in Verwendung ist, dann kann ich hier durch diesen Doppelpunkt das Ganze verändern. Also, wir sehen hier, die 3000 ist im hinteren Bereich. Das ist das, was auf dem Docker-Container sozusagen freigegeben wird und das kann ich durch den Doppelpunkt an die 3000 hier vorne auf dem Gastbetriebssystem netten. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Tomcats laufen habe, die dann 8080 benutzen, dann hätte ich jetzt hier an der hinteren Stelle immer 8080 stehen und hier vorne kann ich das dann durchmappen, 8081, 8082 und so weiter. Das ist immer relativ hilfreich. Wenn ich diesen Befehl jetzt ausrufe, ausführe, Docker Run, habe ich natürlich gleich den Vorteil, ich brauche jetzt hier keinen Docker-Pull oder sowas machen. Docker stellt fest, das Image gibt es noch nicht auf meinem System und fängt jetzt natürlich an, dieses Image herunterzuladen und entsprechend dieser Vorgabe hier in dem Container zu instanzieren. Wenn das dann geschehen ist und keine Fehlermeldung auftritt auf der Konsole, wo ich das ausführe, sollte AdGuard eigentlich auch schon sofort funktionsfähig sein. Und damit kommen wir dann zum nächsten Schritt unserer Router-Konfiguration. Das ist jetzt hier ein Ausschnitt aus dem HRC50-Router. Hier geht es speziell um die DHCP-Settings. Wir sehen hier natürlich wieder in erster Stelle unser Default-Gateway. Das ist der Router selber. Da sollte man ein bisschen aufpassen, was man hier einträgt. Wenn man jetzt mehrere kaskadische Netzwerke hat, dann kann man da auch andere Sachen eintragen. Dann ist natürlich hier der DNS-Server und das ist jetzt unser AdGuard-Container, der hier eingetragen wird und deswegen ist das wichtig, dass der DNS-Server, also der AdGuard-Container, eben nicht auf der 12 lauscht, weil sonst wäre der gesamte Pi durch die AdGuard-Anwendung blockiert. Einen zweiten DNS-Server habe ich hier nicht, der ist jetzt ausgenullt, denn das macht jetzt wenig Sinn. Ich könnte jetzt natürlich da noch ein Piehole oder irgendetwas eintragen oder irgendein anderes System, was einen zweiten Filter hat, aber jetzt zum Beispiel hier die Klassiker 8888 einzutragen, macht wenig Sinn, weil dann wäre sozusagen der Filterumgang. Hier oben, das haben nicht alle Router, die Möglichkeit hier noch einmal die Start- und End-IP-Adresse einzugeben, in dem Fall ist das halt eben von 5 bis 199 limitiert, kann man auch bis 255 aufdrehen. Das ist so ein bisschen nach Gusto. Wer da so ein bisschen richtig tief in dieser Netzwerkkonfiguration ist, der findet da vielleicht noch andere Notwendigkeiten. Damit sind wir eigentlich beim Router auch schon durch und dann sollte das da hier zu sehen sein. Und das ist dann ein Screenshot hier aus meinem laufenden AppGuard und weil wir jetzt hier noch ein bisschen Zeit haben, zeige ich euch das mal ganz einfach hier auf meinem System, was da hier so alles rödelt und dödelt. So, wir haben jetzt hier einmal, wie wir sehen, auf dem Browser, AppGuard, das ist das Login. Wir haben hier mein Pi, die Adresse für den DNS. So rufen wir den dann später auf, aber der Pi selber ist natürlich unter der 12 erreichbar. Dann schauen wir hier auch gleich mal hier hinein. Das ist jetzt Localhost. Den Pi habe ich hier, genau, hier verfügbar. Da sieht man dann, also ich habe euch hier keine zusammengebastelten Bilder gezeigt, sondern das ist tatsächlich hier das Live-System. Das ist auch die entsprechende Adresse, wie wir das hier sehen. Hier unten die 12, mit der ich mich gerade angemeldet habe. Hier gehen wir mal wieder raus. Man kann jetzt hier sich die Dienste mal anzeigen lassen, indem man hier Docker PS-A reinschreibt. Dann sieht man, was hier so alles läuft. Und ja, das ist halt eben, ein Tomcat ist da noch dabei, Prometheus und Grafana. Das ist so ganz, ganz nett für Monitoring, was ich halt eben so im DevOps-Bereich mache. Dann will ich euch das mal ganz kurz noch mit dem Router zeigen. Den gibt es hier auch. Da hat er ja die Dienste. Wo ist er? Hier ist er. Das ist er, dieser App-Grad. Hier sehen wir auch wieder die IP-Adresse, wie ich diesen Router erreiche, den TP-Link. Das hier klappt meistens nicht. Aus irgendeinem nicht so schönen Grund. Ah, doch. Ja. Hier sind wir in der Konfiguration. Wir sehen, dass der Router sozusagen hier auf der 01 läuft. Und das Internet kommt natürlich, hier sind die Netzwerke, die noch mit dazu rödeln. Und das Internet kommt natürlich dann von einem anderen Router. Das sehen wir dann hier, diese Dynamic IP. Das ist hier dieser Bereich. Und dann sind wir hier in den DHCP-Settings. Wie wir das auf dem Screenshot schon gesehen haben, ist das hier haargenau das Gleiche, was ich euch gerade gezeigt habe. Und damit funktioniert sozusagen die Router-Konfiguration. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist, wie das sozusagen hier lokal auf dem System aussieht. Wenn ich jetzt so einen Docker-Container einfach mal hier, ich habe den gestern schon mal gepullt. Ups, nein. Und damit ich das jetzt hier nicht fehlerhaft abtippe. Das ist hier ein sehr reduziertes Kommando, weil ich habe das System ja schon laufen. Und ich kann jetzt hier nicht noch einen zweiten Edgar dazu packen. Und das würde jetzt hier mit den Einstellungen ein bisschen blöd werden. Will ich euch noch mal kurz zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Der ist dann instanziert. Und dann ist das Ganze hier schon so recht interessant verfügbar. Der hört hier jetzt auch auf den Namen Edgar. Das ist jetzt mein Desktop-PC. Deswegen kann ich das jetzt hier auch aufrufen unter localhost.3000. nachdem der Container sozusagen da ist. Dann sehe ich jetzt hier die Konfiguration von Edgar. Und da gehe ich, das sind fünf Schritte, die wir durchführen müssen. Da gehe ich jetzt hier einfach mal los. Hier haben wir durch Docker alles schon festgelegt, dass diese Einstellungen automatisch entsprechend dem, was wir in unserem Docker, in unserer Container-Sensierung eingetragen haben, hier schon angezeigt wird. Wir sehen jetzt nämlich hier die IP-Adresse des internen Docker-Netzwerkes auf meinem Gastsystem. Mit denen können wir natürlich nichts anfangen, weil da der Router nicht draufkommt. Jedenfalls nicht so direkt. Und hier kriegen wir sozusagen die IP-Adresse nochmal angezeigt, mit der wir arbeiten. Die haben wir ja schon angelegt. Dann kann ich jetzt hier meinen entsprechenden Nutzer anlegen. Admin. Und mal ganz kurz irgendein beliebiges Passwort, das gleich ist. Und damit bin ich dann schon auch in der Installation drin. Hier zeigt es mir dann noch einmal an, entsprechend, was ich in meinen DHCP-Eintrag eintragen muss. Aber das haben wir ja alles vorher schon festgelegt. Und damit ist das System sozusagen auch fertig eingerichtet. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, muss ich das da sehen. Dann ist alles erfolgreich gelaufen. Wenn das jetzt hier passiert, habt ihr einen Fehler gemacht. Locken wir uns hier nochmal ein. Ne, ist nicht. Das ist das hier. Wir sehen hier schon, ich habe hier eine ganze Menge Zeugs rumlaufen. So. Der will das jetzt hier nicht. Edgar nimmt er nicht. Dann müssen wir das halt eben anders machen. Das geht auch so. Und damit so. Hier haben wir auch nochmal Key Pass, ne. Sehr, sehr tolle Geschichte. Und hier sehen wir jetzt das Live-System von Edgar. Wie es gerade jetzt hier arbeitet. Und wir sehen natürlich hier unten Google wird da hier jetzt so ein bisschen geblockt und so weiter. was da so alles an Werbung so durch das Netzwerk fleucht und kreucht. In den Settings haben wir hier auch nochmal die Möglichkeit Sachen zu verändern und hier sehen wir dann halt eben auch diese ganze Geschichte der DHCP-Einstellungen und so weiter. Hier kann man dann noch Brücken einbauen und so weiter und so fort. In der Regel ist es so, wenn wir das hier sehen, ist Edgar in der Regel eigentlich schon gut eingerichtet. Da muss man nicht mehr viel tun und alle Geräte, die jetzt sozusagen in diesem Netzwerk mit der IP-Adresse 192 oder in diesem IP-Range 192.168.0.5 bis 199 angemeldet sind, sind durch Edgar geschützt. Dann sieht man natürlich, es gibt durchaus auch Anwendungsfälle, wo ich das eben nicht möchte, wenn ich jetzt Suchmaschinenoptimierung und so ein Tracking-Zeug wirklich mal checken möchte. Und davon gibt es jetzt vielleicht noch so eine spannende Geschichte. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn der Pi irgendwie mal kaputt ist? Oder weil der kann ja auch kaputt gehen und so weiter. Was passiert mit meinem Netzwerk? Nichts. Also der einzige Effekt, den wir merken, ist, wenn der Pi nicht mehr da ist, dass halt eben der Filter weg ist, die Werbung kommt wieder durch und das ist alles. Also das Netzwerk ist nicht geblockt oder ich habe jetzt keine Schwierigkeiten, dass da irgendwie mein gesamtes Netzwerk lahmgelegt ist und ich da nicht mehr arbeitsfähig bin. Eine schöne Sache, wie ich finde, weil zum einen spart man sich eine ganze Menge Datenverkehr, der jetzt ja das interne Netzwerk nicht mehr belästigt und lahmlegt. Ich habe ja auch so ein bisschen Audio-Gedüns, so ein Sonos-System, das sehr, sehr gerne nach draußen funkt, wenn es dann an ist. Was ich sehr als sehr unangenehm empfinde und so ein paar andere Geschichten noch. Zu diesem Tutorial gibt es auf meiner Internetseite, also ihr müsst euch das hier nicht alles mitschreiben, unter dem Bereich Publications auch nochmal einen schriftlichen Artikel und den findet man hier, der ist allerdings auf Englisch und da haben wir dann eben nochmal diese gesamten Geschichten, wie man Docker installieren kann, wie man das Netzwerk einrichtet, was im Router zu tun ist. die Volumes, die Instanzierung und wie dann entsprechend Edgar da ist. Hier habe ich noch ein paar Amazon Affiliates für ein paar Gadgets, die sehr hilfreich sind. Da lohnt es sich auch immer mal drauf zu schauen, ansonsten bin ich unter Twitter erreichbar, unter dem Link Elmer dort, auch wie diese Internetseite und ja, wenn ihr da Fragen habt, stehe ich euch jetzt den Fragen zur Verfügung oder ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Twitter eine PM-Message schicken oder eine E-Mail. Ja, dann danke erst mal für eure Geduld. So, gibt es aus dem Publikum noch Fragen? Ganz im hinten Eck, bitte. Die Frage ist, ob der Edgar auch YouTube-Werbung blocken kann. Ja, grundsätzlich alles. Also man hat hier im Edgar eine ganze Menge Konfigurationsmöglichkeiten. Also ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, dass die Video-Werbe-Clips weg sind. Ja, also die laufen weiter. Was weg ist, ist dieses ganze Getrecke, was im Hintergrund läuft. Also wo die dann jetzt eben gucken, welche Videos habt ihr euch angeschaut und na gut, das kann man auf der Seite. Aber die injecten euch, wenn ihr jetzt hier diese ganze Google-Tracking-AP und so weiter, die ja auch sozusagen bei YouTube intern mitläuft. Deswegen sieht man hier sehr, sehr stark diese ganzen Google-Geschichten. so als Hauptblock Domain. Das wird sozusagen abgeschaltet. Oder Pop-Ups und so ein Zeug. Die Werbung im Clip nicht. Ja, bitte. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Edgard und Pyhole? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt hier als, also ich bin, wie gesagt, an einem Software-Entwickler-Hintergrund. Administration kann ich insofern, weil ich halt aus dem DevOps-Bereich komme und dann halt eben sehr viel so Jenkins-Nexus-Geschichten aufsetzen muss und da ist mir dann irgendwann mal das Edgard auf dem Docker-Hub über den Weg gelaufen und dann habe ich halt hier meinen Pi und dann dachte ich mir so, ah, cool, mache ich mal. Und ja, deswegen habe ich jetzt halt eben hier Edgard laufen. Also ich habe da jetzt nicht großartig evaluiert, ob jetzt Edgard oder Pyhole, was da so besser bloggt. Aber was ich halt eben festgestellt habe, war, als ich so ein bisschen geschaut habe, dass Edgard relativ gute Rezensionen bekommen hat in dem Sinn. Also da habe ich jetzt nichts gefunden, wo man sagt, so um Gottes Willen, Finger weg, taugt nichts. Weitere Fragen aus dem Publikum? Simon, ja, noch eine bitte. Die zweite Frage wäre, wie schaut es aus mit Serverseiten die Cookies? Ich habe was gelesen, dass das in Zukunft für diese ganzen Blogingsysteme immer schwieriger wird, weil die hier mal Serverseiten die Cookies einsetzen. Ja, klar. Also die Frage war für das Recording und für das Internet, ja eben Serverseitige Cookies, ob man sich da auch behelfen kann mit dem Edgard oder ob das nicht möglich ist? Ne, also das Problem ist natürlich, alles das, was man Serverseitig tracken kann, das liegt ja nicht auf der, also der Edgard blockt ja im Prinzip oder jeder, jeder Blocker kann ja technisch nur das blocken, was ich sozusagen hier auf der Client-Seite veranstalte, ja, dass ich sozusagen hier verhindere, dass der Werbetracker sozusagen Aktionen über JavaScript oder sonst irgendwas, was ich so in meinem Browser habe, mitbekommt, ob ich jetzt noch auf anderen Registerkarten unterwegs bin und sonst was. Das ist sehr effizient, das funktioniert gut, das wird in Zukunft auch weiter funktionieren, aber alles das, was ich serverseitig schon tracken kann, das wird weiter funktionieren, funktioniert ja jetzt auch, weil man muss sich jetzt mal überlegen, wie funktioniert denn so ein Tracking-System? Weil ich mache jetzt so seit über 15 Jahren große Web-Anwendungen und in der Regel läuft da ein eigener Tracking-Server in den Unternehmen und die haben sozusagen auf der Server-Seite natürlich sozusagen Code, der indiziert wird, wo die sofort auf dem Backend-System, wo die Fachlogik läuft, teilweise schon mitkriegen, ah, okay, hier haben wir jetzt die und die Aktion und daraus kann man dann Sachen ableiten, aber alles das, was auf dem Client laufen muss, das wird weiterhin geblockt. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst bedanke ich mich, Marco, für deinen Talk, eben über die Webseite kann man es dann auch finden, sicher auch in Pre-Talks verlinkt und ja, der nächste Talk beginnt dann um 16 Uhr. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für den regen Zuspruch und bis bald, dann hoffentlich mal wieder live in Graz. Tschüss.